hier ist ein bisschen wald ein bisschen eichenmoos ein bisschen das was hier die kraft in den bäumen ist getrocknet vom wind vom baum getragen in meine hand ich bin das land das ist meine lieblings räucherung einfach nur eichenmoos manchmal auch lindenmoos von den heiligen linden am feitsberg zum beispiel oder eichenmoos von der kreuz eiche oder von der mutter eiche in lichtenstein ja es sind geschenke des waldes und es riecht für mich wie heimat wenn man es verräuchert braucht nicht viel ein heiliger stoff sozusagen ja so sieht das aus das gesammelte gut verwahrte wald sein verschiedenste heiliger bäume unseres landes ja das ist was ich unseren hexen und beschützern des landes weitergebe sei das land und nichts anderes ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017